Stellen Sie sich mal vor, wer sind Sie überhaupt? Hallo, ich bin Tim Maywald von Arkens. Mit uns jetzt im neuen DSL Flatrate-Tarif. Shoot, Sonntag, der 24.07.2022. Let's fucking go! Wir müssen uns ja erstmal auch gucken, wie wir uns so schlagen auf YouTube. Was dürfen wir überhaupt, was dürfen wir nicht? Die wichtige Frage ist jetzt auch im Grunde, weißt du, er ist jetzt hier der Modedesigner, aber warum sehe ich so viel besser gekleidet? Ich hab gedacht, das schafft noch zu trocknen so damit. Ist das natürlich clever, wenn es so nicht trocknet, ne? Ja, ich denk mal... Gut, gut! So, jetzt erster Einblick ins Studio von Shoot 2. Also keine ganz neuen Einblicke. Es fängt auch noch nicht an. Gerade sind wir noch im Aufbau. So, als er endlich die richtige Piece ist. Einmal ihn. Nehmen wir es schon auf gerade? Geh nochmal dran. Weißt du, meine Größe nicht gibt? Oder was? So, jetzt haben wir den Scheiß weg. Jetzt können wir uns mal aufs Wichtige konzentrieren. Das Wichtige geht nämlich hier drinnen ab. So. Ich bin ja ein geiler Typ, aber wenn ihr wüsstet, wie geil der Typ hinter der Kamera ist. Wir kennen uns jetzt. Wo ist mein Frühstück alter? Wo ist mein Frühstück alter? Wie geht am Geist, wie sind wir? Warum haben wir dich ausgesucht? Der Hintergrund ist, warum haben wir dich ausgesucht, Tim? Sag mal selber. Weil ich so schön bin. Weil wir jemanden brauchten, den Göfa und ich angucken und auf jeden Fall lachen. So, wenn ich was mit einem Ebenen... Hallo. Ich guck den Star an, ja? Hier, geh mal deine Fresse weg. Bin ich auch als Star? Ja, Göka, du bist ein Star. Ich bin 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 ein Star. Einmal komplett drehen. Was vielleicht noch länger geschehen, da können wir immer noch ... Paul, sag mal was cool ist. So, jetzt kommen wir zu der Abteilung, wo gerettet wirst, was gerettet werden kann. War das richtig? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was nicht mehr gerettet werden kann. Da ist wirklich Hopf und Malz verloren. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Das ist Margarita-mäßig. Wir müssen uns beeilen, bevor wir die wieder geschwimmen. Wie die anderen. Chilisauce ist Leben. Sweet Chilisauce ist Leben. Schuh Tag 2. Was sind Erwartungen? Also Erwartungen. Tatsächlich. Wir haben eine klare Vorstellung, dass alles drauf kommt. Wir haben ja viele Features. Ich will, dass die Leute halt checken. Wieso Arkins? Wieso Part Off? Wieso Unterschrift? Wieso dieses Patch? Dass dieser Zusammenhang im Video halt klar wird. Spaß werden wir sowieso haben, weil der Typ in der Kamera ist halt sexy Typ. Ja nicht. Eher nicht. Genau. Okay, dann zweite Frage. Smoothies. Abfall oder nicht? Schrott. Abfall. Keine Mühe. Dann hier die Geschäftsführer. Beziehungsweise Geschäftsführer A und der Hiwi, der hervorkommen muss. Iwi. So Clemens, was sagst du? CVC. Geiler Shit. Was hast du auf dem Herzen erzählt? Das ist eine Sache. Es geht jetzt schon so lange nach. Aber ich habe mich verliebt. Klassisches Vater Sohn Bonding. Hier sehen wir den sexy Temp. Mach die Pose Aprikose. Das ist ja Model-Business, hartes Business. Aber mit genug Hustle schaffst du bis nach ganz oben. Hast du schon gesagt, dass du die Hälfte nicht verwenden kannst? Ja, ja. Du bist absolut gefeuert. Absolut gefeuert. Absolut gefeuert. So ein Kleid mit. Hey Jungs, wir sind ja alle richtig Laser unterwegs. Das ist eigentlich eine schnelle Brille, die du da hast. So, Petronella Weber. Was sagen sie zum bisherigen Followers? Ich bin hoch zufrieden. Hoch zufrieden, wie das hier läuft. Und wie fühlen wir uns wirklich? Heute etwas schwitzig. Ja. Kannst du dich vorstellen, dass das Brüder sind? Was? Das ist der hübsche von alten. Ist aber auch nicht schwer bei der Auswahl. Ich finde dich immer anlügen, Mann. Ich bin hoch zufrieden. Ich bin hoch zufrieden. Einmal Hübscher. Ich bin hoch zufrieden. Jetzt, guckt euch mal den Typ, Mann. Hat gehastelt, Bro. Nicht sowas zufrieden. Manche kleinen Spielchen sind auf der Couch. Okay, okay. Ich will nicht involviert sein. Beste Shooting Team Junge, kleiner Größenunterschied, ne Frage Arschbohrer kriegt jeder, das gehört zum Kindsein dazu, Arschbohrer kriegt jeder. Wie die Kollektion raus ist, kaufst du alles viermal oder wie oft? Ne, ne, das ist mir zu teuer. Okay. Gott. Wir haben es geschafft. Ich habe Betriebsversicherung jetzt abgeschlossen, es kann uns allen nichts passieren. Sieht man, dass ich die Brust trainiert habe? Ja. Das ist ein Herzbeschungsgesicht auf Nidl Park. Guck mal, ob ein nettes Gesicht macht. Guck mal, hübsch bitte. Hübsch? Noch hübscher? 8 Wurst an die Platte und noch dran. Das kann man hier vorne sehen. Da kann man unterschreiben. Wir haben in jeder Lieferung auch einen Stift aus Japan. Wir haben extra eine Kollaboration mit einer Firma aus Japan eingegangen. Und da kann dann jeder von euch mit einem japanischen Stift auch gerne im japanischen Alphabet unterschreiben. Und ja, so machen wir das. Und dann bis zum nächsten Mal bei Tim Spiele-Tipps. Ne? Gut. Super, dankeschön. So, Abschlussbemerkung. Let's go, Baby. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Ich nicht. Und bei mir geht es jetzt bergauf. Ja? Wir haben gerade das Ding gestartet. Wir sind nicht fertig. Es geht jetzt los. Und ich bin weg. Cut, mach einen Cut, damit es geil aussieht. 14 Tage ist vorbei. Wir sitzen im Auto. Nach Hause. Dominik, Resümee. Ich bin maximal im Arsch. Ich kann gar nicht mehr. Ich hab so Hunger. Ich bin so fucking müde.